Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Guild Wars 2, die zweite Staffel. Hi Brausi! Hi Deutri! Ja, Freude, Freude. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich spiele jetzt Mesma. Ich habe mir einen neuen Char gemacht. Ich hatte noch so ein Level 80 Aufwertungskit, womit ich quasi Instant Level 80 werden konnte. Das habe ich dafür einfach mal genutzt. Das ist Mesma. Der Mesma kann dieses Mesma Portal machen. Ich mache das mal eben vor. So, und dann, wenn wir nochmal so... Schwierigkeiten mit der Kletterei oder sowas kriegen sollten, bevor man dann da irgendwie minutenlang versucht und das klappt nicht, mache ich dann einfach hier so ein Portal hin und dann ist das alles ein bisschen einfacher. Habe ich mir so gedacht. Ich habe schon mal hin und her Portal. Wunderbar. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, aber schade, warum will ich kein Mesma? Ja, Problem gelöst. Ansonsten hat sich, glaube ich, allzu viel verändert. Brause bei dir ist alles beim Alten geblieben. Alles beim Alten. Nichts getan hat sich hier. Wir haben unsere Aufgabe ja noch, ne? Absturzstelle. Genau, ich bin bei Such nach Hinweisen zum Verbleib des Meisters des Friedens. Oh, jetzt geht die gerade in die Wände los. Oh, so, wir müssen ein bisschen kämpfen. Wir müssen ein bisschen kämpfen jetzt. Guck mal, ob ich hier irgendwie, äh, dir... Wenn du da in Schwierigkeiten gerätst, sag Bescheid. Ich gucke mal, ob ich dann irgendwie was machen kann. Wir haben hier diesen, äh, dicken Veteranen. Äh, wir sind wieder so viele Kreise und... Oh, so, ja, äh, ich guck mal, ob ich dich aufheben kann. Das Problem ist hier halt, äh, die sind schon ein bisschen knackiger. Oh, sorry, ich muss eben... Boah, ne, das krieg ich nicht. Ich krieg dich nicht, Brause. Ich krieg dich nicht. Ja, vielleicht, wenn ich den Kleinen hier... Ah, du bist ja schon tot, du bist schon tot. Ja, natürlich schon, ja. Also mit den Kreisen ist das, äh, in... Ja, ich hab... In der Gegend hier wirklich... Ja, aber ich hab nicht mehr von der Stelle. Wo ist denn die Wegmarke? Die ist ja nicht, äh... Ja, die ist nicht weit weg. Die ist, äh, direkt da hinten. Ja, mir geht's nämlich auch schon nicht mehr so gut. Das ist hier wirklich... Boah. Übel. Übel, übel, übel. Dann gehen wir da weg. Wo sie... Muss ich da wieder durch die... Ja, du musst da wieder durch. Äh, mit dieser, mit dieser Fähigkeit. Inzwischen ist hier auch schon verstärkt, verstärkend eingetroffen. Aber die ist auch bitter nötig. Alleine, äh, hab ich hier echt meine Schwierigkeiten mit. Ich bin auch, ähm, ziemlich, äh, Glassy grad aufgestellt. Nicht Full Berserker, aber, äh, trotzdem. Das war diese, ja, Starterrüstung, die man mit dem Instant Level 80 quasi dazu kriegt. Wobei, so Glassy ist die, glaube ich, gar nicht, ne? Zähigkeit und Vitalität ist drauf. Also, ne, eigentlich bin ich überhaupt nicht Glassy. Hm. Du musst halt einfach nur lernen, besser zu spielen. So, da hinten ist noch ein Veteran. Aber du hast hier auch so... Lass mal, lass mal die kleinen, die sind nicht so wichtig. Lass mal hier auf den großen gehen. Oh, und hier ist ein Kollege von uns. Ja, aber der stirbt mich hier. Okay. Außer, dass ist dieser Schwanz, der da aus der Erde kommt, ne? Ja, dieses Tentakel da. Und geschafft. Wunderbar. So, da zieht ihr wieder rein. Das hat uns allerdings, äh, unseren Ziele nicht unbedingt näher gebracht. Ich war stehen geblieben. Ich, äh, hatte gesagt, ich bin beim Schritt sucht nach Hinweisen zum Verbleib des Meisters des Friedens. Ja, wir, äh, bei mir ist hier die Gunst des Zufriedens, die ist fast durch. Ob man da nicht noch eine Sequenz mitspielt oder Ja, ich sehe nur grad nix in der Nähe. Na gut, aber du hast es auch da stehen, ne? Ja, ja. Ab die Grundstelle und, äh, na gut, dann machen wir da, dann machen wir da den Weg weiter. Vielleicht kriegen wir auch, äh, durch, durch das Erledigen der Quest auch Punkte. Ich weiß es nicht. So, ich hab mit dem Char dann auch die, äh, Schritte der Geschichte, die wir soweit hatten, nochmal nachgespielt, damit wir halt auf demselben Stande sind. Ansonsten hat der Char jetzt allerdings nichts gemacht. Also die ganze normale Story. Irgendwo da drin soll das sein. Da hinten ist das... Alana. Müssen wir mal befragen. Hallo, Alana. Bitte glaubt mir, ich will keinen Ärger. Ich habe nur gesehen, was mit dem Kaufmann passiert ist. Ihr sprecht über den toten Kaufmann, den wir in der Stadt gefunden haben, nicht wahr? Ja, ich war da, als er Vorräte an einen dieser Zephyriten verkauft hat. Keine Stunde später fand man ihn tot auf. Er mordet, weil er mit der falschen Person verkehrt hat. Bitte, wir versuchen diesen Zephyriten zu finden, bevor der Kaufmannsmörder zu ihm aufschließen kann. Nun ja, er hatte schon eilig, aus der Stadt zu kommen. Der Zephyrit schien den Westen Richtung Spornschlucht aufgebrochen zu sein. Das klingt, als wäre er in die Schlucht geflohen. Danke. Ich brauch nicht mit dem zu sprechen, ne? Doch, ich glaub, du musst auch mit dem sprechen. Wir sind hier ja nicht in der Story-Instanz, sondern in der offenen Welt. Das heißt, das muss jeder einzeln machen. Ja, Rang 2 abgeschlossen. Hab ich auch. Also, obwohl... Obwohl ich so viel nicht gesprochen hab, wie die... Aber hast du jetzt erledigt hier den, äh, Schritt? Bei mir stand abgeschlossen und 3 freigeschaltet. Ja, aber das hat ja nix mit der Story zu tun. Also, da muss ich wieder gucken und da... Hat die Person hier noch so ein Sternchen überm Kopf? Hier hat keiner einen Stern überm Kopf. Also, die Alana nicht? Äh, okay. Hast du denn auch den Schlitt sucht nach Hinweisen in der Spornschlucht, um den Meister des Friedens zu finden? Sucht nach Hinweisen zum Verbleiben des Meisters des Friedens. Sucht in der nahegelegenen Stadt nach Hinweisen. Hä, hat mir das... Okay, dann bist du noch ein hinterher. Ich dachte, das hätten wir beim letzten Mal schon gemacht. Dann komm mal mit. Dann war ich irgendwie schon, äh, hab ich einen Schritt weiter gemacht, äh, als eigentlich geplant. Wobei ich mir das gar nicht erklären kann, wie das zustande gekommen sein soll. Das war meiner Meinung nach da vorne auf den, äh, Stufen. Da war irgendwas, was man anklicken musste. Hier, der tote Kaufmann. Ja, hast du wahrscheinlich das letzte Mal nicht gemacht. Äh, der Kaufmann hat einen Einzelsstich von der Brust, die sehr, äh, zum Beispiel, wo der geht. Sucht in der Mine nach dem Meister des Friedens, bevor... ...das ist genau das, was ich gerade gemacht habe. Deshalb hab ich da wahrscheinlich auch die... ...der Stern gar nicht mehr gehabt. Auch die... Sonst krieg ich ja dann auch den Text mit. Wenn du mit jemandem sprichst. Ja, das ist ja nur, wenn wir in der Story-Instanz sind. Wir sind hier aber nicht in der Story-Instanz. Also. Wir sind hier in der offenen Welt, deswegen muss das jeder für sich selber machen. Naja, jetzt seh ich da oben den Stern. Ja, alles klar. Ich amüsiere mich mal hier derweil ein bisschen auf den Balken. Ah, runtergefallen. Sucht nach Hinweisen in der Spornhut und den Meister des Friedens zu finden, steht hier. Genau. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Stande. Und das ist da an der Wegmarke. Ach komm, wir laufen, sparen Geld. Ist sowieso grad, äh, sind nicht so flüssig. Also ich hab noch 6 Gold oder so. Komm, können wir hier direkt rüber gehen? Weil wir müssen sowieso wechseln, wenn ich das richtig sehe. Ich hab den Effekt ja noch drauf, da kann ich mich ja beeilen. Hui. Hui. Erste Effekt aber lange. Ja. Ist doch schon lange weg. So, ich lese mal vor. Ja, warte, lass mal. Ja, okay, klick erst an. Als wir das Schlachtfeld erreichten, haben wir die Gespräche über alles nicht lebenswichtige eingestellt. Wir sind zu erschöpft, um an mehr als den nächsten Schritt zu denken. Es wirkt ganz so, als wollten Wind, Sonne und Wetter uns das Vorankommen erschweren. Die Worte sind schon sehr verblasst, aber am Rand wurde wütend und in einer einzigartigen Handschrift das Wort R gekritzelt. Diese neuere Handschrift gleicht ja des Saboteurs. Aha, aha, aha. So, sucht bei der Felswand nach Hinweisen, um den Meister des Friedens zu finden, bevor euch der Saboteur zuvorkommt. Hier die Schlucht entlang, glaube ich. Du darfst ruhig mitkämpfen, ne? Du musst nicht warten, bis ich hier den Weg freiräume. Ich meine, ist natürlich angenehm. Gebe ich zu. Der Brause. Ein bedrückender Wind erhebt sich in Wellen aus dem Sande wie das Flirren der Hitze und erschwert das Atmen. An diesem Ort hat die Klinge des Schicksals den Kristalldrachen gestellt. Hier ist unsere Beschützerin bei der Verteidigung unserer Leben vor ihrem Altvolk gestorben. Ich stelle mir vor, dass ich ihre kristallinen Überreste von hier aus sehen kann. Es liest sich wie die Seite aus einem Geschichtsbuch der Zifferiten, was es vielleicht auch ist. So, jetzt im oberen Bereich der Felswand nach Hinweisen suchen. Da müssen wir hier, glaube ich, dieses Hopse-Teil benutzen. Au, 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 au. Äh. Hops. Ja, das ist schon mal gut. Hops. Okay. Und hops. Ich bin hochgehopst. Ja, siehste. Brauche ich gar kein Portal. Boah. Ist das nicht einmal dran gewöhnt? Da kannst du es gar nicht mehr bleiben lassen, wa? Ja. Mist. Der will gar nicht. Ich muss da erst hoch sind. Das können wir, glaube ich... so, aber hier lang geht es eigentlich weiter. Ich kann gerade nur nicht widerstehen den Mobs. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso. So, Plünder nicht vergessen. Da vorne geht es weiter. Vielleicht kann man mit dem Felsbrocken nach Salamandern schmeißen. Ich probiere gleich mal aus. Plöp. Geht. So, was ist jetzt hier? Sie haben eine Allianz mit ihr geformt und sie in ihren Verstand eindringen lassen. Sie haben ihr Vermächtnis so lange gehütet, wie es ihnen möglich war. Leider sollte ihre Art nicht ewig leben. Das Schicksal hat anders entschieden und so wurde die Fackel meinen Ahnen gereicht. Wir haben uns für hunderte von Jahren versteckt, ihr so gut wir konnten geholfen und ihr Geheimnis gehütet. Die Tinte auf dem Rest der Seite ist verblasst, blättert zum nächsten lesbaren Abschnitt weiter. Drachen konsumieren Magie, aber sie zerstören sie nicht. Sie nehmen sie in sich auf, so wie ein Schwamm das Wasser. Ich hoffe nur, dass wir schneller sind als diese Arsgeier und Machtfanatiker, die ihren Körper nutzen wollen um ihre eigene Kraft zu steigern. Ah, der Meister des Friedens hat vielleicht unwissentlich eine Spur hinterlassen. Ui. Ui, und da haben wir schon, äh... Okay. Was meinst du denn, was eine sinnvolle... Was für ein Präsent man annähert? Oder kriegt man alles? Alles, alles, alles. Alles, alles. Ach so. So was hier und so was hier und das ist immer nett. Das mache ich mal auf. Das kann man aber, glaube ich, alles zerlegen. Und Material einlagern. Essenz des Glückes verspeisen. Und da ist schon wieder der nächste Salamander. Wir müssen dann nach da drüben hin. Weißt du wieder so'n, so'n Hopser? Ui. Oh. Oh, das ist ja blöde. Warte, ich rette dich gleich. Ich muss erstmal hier den Salamander erleben. Ja, ja, ich... Ich komm gleich runter. Warte. Ich krieg da hin. Ah, da kommt noch einer. Äh, das machen wir anders. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Glaub da... Ach, Mist. Jetzt muss ich doch erstmal hier. Hätte eigentlich das Gefühl, ich fliege richtig, aber... Ja, knapp daneben. Lauf vorbei. So, äh, wie komm ich denn da jetzt... Ah, ja, ich hab ja Falschadensreduktion. Warum komm ich nicht aus dem Kampf heraus? Hallo, mit wem bin ich denn jetzt hier im Kampf? Was soll denn das? So, jetzt... Äh... So, Portal. Portal nach hier oben hinlegen. Runterhüpfen. Überleben. Rausretzen. Da ist so ein kleiner Neko. Vielleicht hält der uns ein bisschen das Viechzeug vom Leibe. Ich fürchte aber, der lockt eher noch mehr an. Ich muss jetzt... Das ist natürlich ein bisschen blöde, aber... Geht grad nicht anders. So. Da lebt ja noch was. Meine Fresse. Ich hab dich gleich in Haube. Alles wird gut. Alles wird gut. Keine Panik. So, jetzt... Können wir dich eben aufheben. Portal ist noch 20 Sekunden. So, ich mach das Portal. Und... Hallo, 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 hallo. Hier. Alles klar. So, dann gehen wir mal rein in die Ini. Du bist ja jetzt auch bei dem Schritt hier, ne? Du hast das gerade alles fertig geklickt. Okay, dann kannst du jetzt annehmen. Ja, äh... Er nimmt, glaub ich, schon dadurch an, dass du angenommen hast. Ne, 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 ne. Dann bin ich ja gleich alleine drin. Ich hab nochmal abbrechen gedrückt. Du musst... Du musst annehmen drücken, sonst geht das nicht. Warte. Fortsetzen, ja. Instanz betreten. So, jetzt annehmen. Alles klar. Ah, Matri. Und alle. Überhaupt. Daimie, na? Perfektes Timing. Gerade wollte ich Schradl einen Weg durch das Rankentor schlagen lassen. Na, ich werde euch nicht im Wege stehen. Mento. Warum hab ich das denn jetzt nicht hier? Ne, jetzt sind wir in der Instanz. Jetzt reicht's, wenn ich das mache. Alles klar. Ui. Ist das der Attentäter, der Saboteur, der Mörder? Hast du irgendwie, ähm, irgendetwas, was, ähm, betäubt oder niederschlägt oder verlangsamt oder so, damit wir seinen, ähm, seinen CC-Balken runterkriegen? Ja, sowas. Wech schützen, schlagen, und, und, und. Na, komm, komm, komm. Jetzt hab ich dummerweise immer noch das Portal erliegen. Hätte ich dran denken sollen. Ich glaub, du müsstest dich mal heilen. Ja, ich, äh, hab im Moment keine Heilfähigkeit. Alles klar. Ich kann nur weglaufen, dass ich hier nicht noch in den Kreisen stehen bleibe. Ja, dann lauf dich mal frei, bis du eine Heilfähigkeit hast. Jetzt, jetzt hab ich ein bisschen Heilung gekriegt, aber auch nur 50%. Der haut ab, der Typ haut ab nach da oben. Und lässt uns hier mit irgendwelchen Monstern zurück. Dann lassen wir wieder so ranken. Hinten droppen, glaub ich, auch welche. Oder das sind das Felsen, die sie weiterkriegen. Das sind die Felsen, die runterfallen. So, sehr schön. Da oben kommen noch mehr. Ich mach da mal so schön einen Burst rein. So, Timey braucht Deckung. Äh, okay. Wir halten hier den Rücken frei. Wir sind aber schon alle weg. Also. So, oben. Uah, Vorsicht. Hier geht's weiter. Dann machen wir erstmal den Dicken da. Ich weiß nicht, der mag dich. Das ist ein Fan. Der will ein Autogramm. Welche andere Seite? Ach, da drüben wahrscheinlich, ja. Ach, da ist er ja auch gewesen. Äh, bitte was? Aber die würde nicht ganz reichen. Sie hält auch nicht ewig, aber vielleicht lang genug, damit einer von euch rüberkommt. Ich werde gehen. Wenn ich drüben bin, schaffe ich ein Portal von hier nach dort. Ihr müsstet mir nur Deckung geben. Jawohl, messt mal, haha. Hui, hui. Ja, das kann ich auch nicht. So, wir müssen jetzt durch das Portal. Sehr schön. Ich freue mich, wir haben wieder ranken ihn. Sehr schön, erledigt. Nochmal so ein Portal. Da oben ist er. Ich mache weiter. Ich werde sieben. Wow, Kreise. Vorsicht, der Lichtbomben. Ich laufe da nicht rein. Sprach so nicht rein. Wenn du irgendwie in Schwierigkeiten gerätst, sag Bescheid, weil ich, äh, verpeile es manchmal so ein bisschen. Aufs Gugfenster zu achten. Hm, 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 hm. Joah. Versuch's mal damit, äh, wurde gerade gesagt. Ich habe keine Ahnung, womit wir es versuchen sollen. Das hilft weiter. Ah, wir können uns da vielleicht in sein Feld rein Katapult, oder vielleicht auch nicht Ich bin mir zu blöde dafür Ich mach nochmal Guck mal, da liegen manchmal diese Geschwindigkeitsdinger rum Ich glaub, mit dem müssen wir irgendwas machen Irgendwie nehmen und dann, keine Ahnung, zu ihm hin So ganz hab ich's jetzt nicht verstanden, aber Nee, du verplemperst unsere Hallo, nein, hä, was? Cheater Er ist wieder weg Ja, der ist wieder abgehauen Hey, vielleicht hilft das weiter Ja, so weit waren wir schon Kann man da vielleicht irgendwie rüberhüpfen oder so? Nee Ach, jetzt ist offen Okay Der ist wieder voll Klar, hat sich hochgeheilt Bei mir läuft jetzt wieder so ne Geschichte Bei mir auch, aber jetzt geht's weiter Ach, da hinten ist der Meister des Friedens Ihr seid schon alle runter, ne? Okay, dann komm ich auch mal Ii, mitten in die Action Ich mach mal hier so ein Feld hin Und das gibt ein bisschen Schutz und so Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, gegen diese kleinen Ranken zu kämpfen Weil ich hab das Gefühl, die kommen sowieso immer wieder Wir sollten uns mal ein bisschen auf den Typen selber konzentrieren Der ist da irgendwo auf dem Felsen, glaub ich Und hier sind so Hüpfedinger Also, ich seh schon, wohin das führt Ich seh den grad auch nicht Ich versuch mir erstmal ein bisschen Überblick zu verschaffen So, da hinten Jetzt ist er hier auf diesem Felsen Ich hab ihn mal markiert Der ist oben Wenn ich um mein Leben Achso, du bist da unten Versuch mal noch nach oben zu kommen, hier Wo bist du überhaupt? Das ist nicht mehr viel Leben, ne? Ach da, okay Ich mach noch mal so ein Schutzfeld Okay, heilen kann ich dich nicht Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben Du stehst in den Kreisen So, wenn hier hin Uah, Mist Jetzt Ich hatte keinen Ausweich mehr So, hier hoch, hier so Ach, hinten Ja, warte, ich komme Ich komme Ach, Mist Man darf nicht Wenn man einmal liegt, dann Ne, ich krieg's nicht hin Vielleicht, wenn ich hier die Boah Ah, ich bin besiegt Okay, ich versuch jetzt alleine das irgendwie hinzukriegen Ich hab hier auch eine Wiederbelebung Ach Google Ach, Quatsch Doch, nicht in so einer dummen Uni Ich mach den jetzt fertig hier Ich mach den jetzt fertig hier Hast du irgendwie Zustandsentfernung Dass du nicht immer so verlangsamt wirst Hab ich Hab ich auch, ne? Aber das war einfach zu viel, ne? Einfach zu viel Ah, jetzt bin ich fast runtergefallen Sieht immer noch sehr stabil aus Ja, das ist nicht so einfach hier Ich muss hier mal Wird hier wirklich mit Bomben zugehakt Also die Das ist auf jeden Fall Wenig Wesentlich Schwerer als das Grundspiel Jetzt hat der wieder diesen komischen Effekt Wo man irgendwie Ich hab's ja so richtig nicht verstanden Irgendwie mit dieser Fähigkeit Ran muss an ihn Und dann Was macht Ah ja, dann Jetzt ist er freundlich Jetzt nicht mehr freundlich Vorsicht würde ich ja gerne aufheben Aber ich krieg's da einfach nicht hin Ja, bis jetzt lieg ich ja noch hier ganz gut Ich hab ihn jetzt auch schon relativ weit runter Ja, ja Allerdings mit meiner Gesundheit steht's auch nicht so zum Besten Wenn ich mal ganz ehrlich bin Ja, 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 ja Es wird langsam Es wird langsam eng Ich muss mich mal eben hier ein bisschen rausziehen Ich mach mich mal unsichtbar Nicht, dass das so da nicht viel hilft Die Kreise kommen trotzdem Oh, 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 oh Ah, jetzt hat er hier wieder seine Dienstfähigkeit Und ich komm hier nicht weg Ich komm hier nicht weg So, das Dingen So, dann hier Unsichtbar, äh, unverwundbar machen So, einmal anspringen Dann heilen Viel Heilung ist es ja nicht Die dabei rumkommt So, jetzt Gucken wir, ob ich da Nochmal Rankomme An den guten Kerl Nochmal heilen Da ist er Man darf echt nicht auf einem Fleck stehen Wenn du ihn down kriegst, hält er für mich mit Ja, ja, der zählt für dich mit Jetzt sieht's aber ganz gut aus Jetzt hat er sich in letzter Sekunde noch mal Was ist denn wahr, ey Nein, 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 nein Er ist fast down, aber ich auch Ja, 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 ja Er ist down, er ist Er ist tot, okay Da unten Ich komm mal runter Heb dich eben auf Was für ein Krampf Ich hab auch keine Möglichkeit Dich irgendwie zu heilen Das ist das Problem Habt Dank für eure Hilfe Ich glaub, dir ist besser Ach, da oben da Redet da Komm, wir gehen hier mal gucken Er ist derjenige, der es sabotiert hat Wisst ihr? Ja, wissen wir Wollte er sich für irgendetwas an euch rächen? Nein Er wollte, dass ich ihm Macht gebe Große Macht Mit der er nicht umgehen konnte Ich lehnte ab Er ließ mich locker Wollt ihr jetzt zurück? Wir können euch begleiten Nein Meine Reise hat erst begonnen Sagt ihr meinem Volk, dass es mir gut geht? Und ich die Reise fortsetze? Aber ja, wir sagen es Ihnen Werden Sie nicht fragen, wo ihr hin wollt? Nein Wer mein Ziel nicht kennt Weiß genug, um mich zu fragen Geht wohl Schön, dass wir uns heute begegnet sind Na, so war's Okay Wir sollten uns seinen Leichnam genauer ansehen Ich möchte alles über ihn wissen Er hat Wohlstand durchquert Vielleicht sollten ein paar von uns dorthin zurückgehen Und herausfinden Ob ihn noch jemand gesehen hat Hm Gute Idee Vielleicht hat er dort ja mit irgendjemand gesprochen Oder ich werde zurückgehen Ich weiß nicht, was man jetzt anklicken soll Ich sag mal, gute Idee Man kann nie wissen Wir haben noch keine Ahnung, warum er so erpicht darauf war Den Meister des Friedens zu töten Ich muss zugeben Sein wahnsinniges Gerede hat mich auf eine unbehagliche Weise an Scarlet erinnert Ja, mich auch Glaubt ihr, er war einer ihrer Verbündeten Hm Das wäre möglich Aber er hat sie nie namentlich erwähnt Ich habe ein mulmiges Gefühl Ich war wegen ihm ziemlich entnervt Ich konnte nur noch an Scarlet und Löwenstein denken Was wenn Wenn Scarlet nur die Spitze des Eisbergs war Hm Durchsucht die Leiche des Saboteurs nach Hinweisen Und Gold An Ehrens Sachen finden sich Lama-Haare und Stroh Als ob er in einer Scheune oder einem Tierstall geschlafen hätte In Wohlstand werden Tiere gehalten Ich sollte mit jemandem von dort sprechen Ein Blatt Papier spitzt aus einer Tasche heraus Zieht es heraus und werft einen Blick darauf Das Papier ist zerrissen Die Schrift ist hektisch und kaum leserlich Ich lese mal trotzdem weiter Die linke Hälfte des Blattes fehlt Aber auf dem Rest könnt ihr folgendes entziffern Blablabla Anführer wird sterben Die anderen werden sich anschließen Wir werden nicht versagen Alles andere ist nicht lesbar Na gut, dann gehe ich jetzt mal Bedrängt Abgeschlossen Ja, ich fühlte mich sehr bedrängt Das ist wahr Alles annehmen Also entwickelt euch zum Geheimnis Genau Dann müsstest du auch so eine schöne fette Belohnung kriegen Ich packe mal alles aus hier Kann man davon Ist das alles Nicht so toll Zerlegen Material In die Bank Jetzt werden wir uns das Glücks verspeisen Hm Jum, 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 jum Aber sonst sind wir glaube ich fertig Fährt in die Stadt des Wohlstandes zurück Genau Ich weiß nicht, ist das hier der Ausgang Nö, da kommt man hier rauf Okay Musst du hier durch die Tür An der Seite ist ja Tür Instant verlassen Ja genau Ja genau Instanz verlassen Zack Oh, Blutsteinsichtung Eins von eins Ja, dann sollte man an dieser Stelle auch Diese Folge verlassen Und sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut Und Cut Und Tod Cheats Die Die